Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Sims 4. Ja. Wir haben im letzten Video unsere Sims-Frau erstellt. Ich habe gesagt, dass wir im nächsten Video, also eigentlich heute, die Tiere erstellen werden, aber ich habe mir was anderes überlegt. Und zwar werden wir adoptieren. Wir werden halt immer, wenn wir dann das Geld dazu haben, immer im Tierheim so gesehen nachsehen, ob da irgendwie zwei Katzen sind, die die gleiche Rasse haben. Ja. Und dann irgendwann halt auch den Hund. Vielleicht kommt auch erst ein Hund. Weil zwei gleiche Katzen zu finden, wird bestimmt was länger dauern. Aber erstens müssen wir uns Geld ansparen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit Frühling. Und jetzt ziehen wir hier hin. Ja, wir ziehen hier hin, so. So, zu der kleinen... Warte, einen Moment. So, zu der kleinen Story von ihr habe ich mir eben so überlegt. Sie hat von ihrer Oma und von ihrem Opa ein Haus geerbt. Und das wir jetzt dann auch einziehen werden. Sie hat mit ihren Eltern ein bisschen Streit deswegen gekriegt, weil sie gesagt, von zu Hause ausziehen wollte. Die Eltern waren dann nicht einfach schaden, weil sie hat ja keinen Job und nix. Sie denen dann erzählt hat von ihrem Traum, dass sie halt eine Züchterin werden möchte. Die Eltern finden das daneben, weil damit kann man kein Geld verdienen. Und blablabla, wie man so Eltern ja immer meistens kennt, ne. Trotzdem ist sie ausgezogen und will ihren Traum verwirklichen. Da sie ein junger Erwachsener ist, sagen wir einfach mal, ist sie 18, darf ausziehen, ist abends klangunheimlich abgehauen. Ja, also wie gesagt, die hat das Haus hier, das hier ist das Haus, von ihren Traumern, von ihrem Opa geerbt. Mit ein bisschen Geld, dass sie das halt, das heißt mit Geld eigentlich nicht, aber das Haus ist halt immobiliert. Die da vorher drinnen gewohnt haben, aber ausgezogen sind, weil sie, äh ausgezogen sind, sie wollten halt mal in die Stadt ziehen. Und sie wollten was anderes erleben und haben sich dann gedacht, unsere Nichte ist jetzt 18 geworden. Unsere Nichte? Ne. Doch. Nein, unsere Enkel, unsere Enkelin ist ja jetzt 18 geworden. Wir schenken ihr zum Geburtstag einfach unser altes Haus. Ja. Lassen Möbel und alles drinnen stehen, damit der Staat ins Haus leichter fällt. Das Geld, was wir dann noch übrig haben, werden wir gleich runtersetzen auf Null. Und dann geht's los. Also bis gleich. So, wir werden jetzt, ich habe den Sheet gefunden. Und jetzt werden wir jetzt mal, ups, das aktivieren und, ähm. So, jetzt haben wir auf Null. So, wir dürfen das. Ja, nochmal. So, jetzt gucken wir uns einmal so grob. Das ist dieses Standardhaus. Was man schon bei anderen Stellen mit Sicherheit gesehen hat. Dies im Spiel. Ja, hier oben ist unser Räschen. Würde ich doch erstmal sagen, geh doch mal hier rein. Sonst wärst du doch ganz nass. So. Ja, ja. Dann gucken wir uns so ein bisschen mal hier in der Gegend um. Wir könnten angeln, um erstmal an ein bisschen Geld zu kommen. Wer ist das? Wer ist das? Seine Katze. Karrrr. Streuner. Opa. Ah, genau. Frösche können wir auch. So, ich bin hier. Geh mal hier. Frösche suchen. Die Frösche suchen. So. Oh, Bürgermeister Schnurra. Bürgermeister Schnurra. So, toll. Dann kannst du hier mal graben. Regnet's morgen auch? Ach, ich kann mich ja. Ich werde eh am Kalender gucken. Joa, regnet die ganze Woche aus der Freitags. Alter Schwede, okay. Was für ein Begrüßungskomitee und wo ist eigentlich unser Haus hin? Haus, da. Okay. 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 Was für die Taste. Die sind ja gar nicht. Bei Planet 2. So. Dann, ich will es noch mal vorstellen. Ne, ich will es sich bestimmt nicht grob vorstellen. Echt. Bürgermeister Schnurra ist doch super. Vielleicht finden wir ja auch einen streunenden Hund, den wir adoptieren können. Wie gesagt, streunende Katzen zu adoptieren geht auch. Mit denen dürfen wir dann aber nur nicht züchten. Aber ich bin, vielleicht muss ich euch bei dir auch mal freundlich vorstellen, der Meinung halt... Oh, nein, die darf ich beim Erkennen. Vielleicht ein nächstes Mal. Ja, dann nicht, aber dann geht doch. Was haben wir eigentlich so gefunden? Ob man ein bisschen Katzen meint, okay. Kann man uns mit ihr unterhalten? Dann rede man mit ihr über Interessen. Wagen sie mal nach ihrer Karriere? Gut gut. Ähm. Dann trat ich doch einfach mal. Ja, sie ist Hausfrau. Okay. Sie ist Hausfrau. Ja, wir auch. Frag sie doch mal nach dem Tag. Man kann... Nie. Man braucht ja Freunde. So, da wir die nicht brauchen, dann haben wir die verkauft. So. Dann... versuchen wir uns doch mal mit ihr... gut anzufeinden. Hm. Irgendwo ne Stimmung reden. Oh, sie lasst gerade nicht auszu... Ach, aber wir werden drücksel immer noch nass dabei. Aber eigentlich nicht da drin, da dürften wir eigentlich nicht nass werden. Es hat aufgehört zu regnen. Die geht einfach rein, eiskalt. Egal, wir gehen angeln. Angeln. Bürgermeister Schnurra. Die ist cool. Dann gehe ich hier mal alles ernten. Da können wir unsere Tulpen nämlich schon mal pflanzen. Weil wir mal so was unbefugtes Gelände betreten. Oder wohnst du da nicht? Hab ich mir schon gedacht. Dass du nicht in so nem schönen Haus wohnst. Ja. Was ist das da? Ich bin ein Kind. Ich brauche kein Kind. Da läuft Bürgermeister Schnurra. Und ist weg. Okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher. Oh, der hat einen Hund. Das ist cool. Oh. Oh. So. Ich wollte nicht dran gehen. Ach nee. Birgermeister Schnurra ist dein. Kann ich noch nicht. Ich nehme mir doch gerne die Zeit. Und dann sehen sie dann zurück um von der guten Zeit haben wir überhaupt schon sich gefangen und immerhin haben wir euch schon 46 Summonien zusammen für den ersten Tag nicht schlecht sie können sich immerhin was zu essen machen da bist du ein Streiner eigentlich Streinerin da kannst du dir mal vorstellen gehen du siehst aber aus ey oh die Statue ist cool mit dem Hund und dem Schmerz nicht auf der Nase dum 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 warum stinkt ihr? was? ein Tier in der Nähe okay hoffentlich nicht Penny das wäre ganz schön uncool wenn es Penny wäre warum machst du so komisch? so jetzt noch das da unten und dann bitte zu Penny oh oh Klappse und das ist ah die Klappse ha ha okay auf zu Penny Penny ja Penny steht immer noch an der gleichen Stelle und hat auf uns gewartet bitte oh gib ihr mal ein leckerli Lernen sie bitte kennen! Dann kann sie sich streicheln. Noch mal lecker wie geben. Sie hat bestimmt Hunger. Ist abenteuerlich! Wie schnell wir Freundschaft mit ihr geschlossen haben. Sie ist treu. Okay, das hätte ich mir denken können mit den streicheln. Oh, das kostet ihr Geld. Leckerli geben. Wie arabt sie endlich? Sie darf auch Penny weiterhalsen. So, dann ab nach Hause. Nein, warte mal. Stopp. Falsch. Ähm, hier. Hallo Hund. Warte, nein. Äh, 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 ne. Falsch. So, hier, äh, anleihen. Leihen den Hund bitte an. Wo rennst du hin? Okay, ich glaub, die rennt alleine nach Hause. Ja, sie rennt alleine nach Hause. So, Abendessen. Gartensalat. Oh ja, wenn das um Wörnst ist, dann äh, ess das doch. Essen. Hier. Da, einmal blern, einmal wieder aufbischen. So, jetzt müssen wir ihr aber auch was holen, ne? Und dann... Aber wir haben gar keine Badewanne. Und dann gehst du mal wieder Pipi machen. Sag ich, Penny, das macht man nicht. Du bist jetzt kein Straßenhund mehr. Oh ja. Unsere gute Tat für heute Sonntag müssen wir dich bürsten. Streicheln. Streicheln. Über Bällen belärmen. Tierpfleger. Das fällt doch nicht unseren Kühlschrank an. Ach, echt. Mit dir haben wir noch viel Arbeit für uns. Okay, wofür hast du jetzt unseren Kühlschrank? Okay. Ja, ich habe einen Mod drinne, in dem ich auch Tiere steuern kann, aber den habe ich nur drinne. Also, den habe ich nur installiert damals, um immer zu gucken, was denen fehlt. Außer, und dann... Äh, zieh doch mal die nasse Kleidung aus. Ja, und ich würde sagen dann erst... Wenn wir auch ein neues Tier holen. Oder wenn wir halt irgendwann ein Kind haben, aber dann ist Penny bestimmt schon... Ist nicht mehr da. Uh, da ist noch ein Hund, da ist ein Husky. Wer bist du denn? Zeig dich. Du bist auch... Hätten wir mal ein bisschen gewartet. Dann hätten wir jetzt hier so einen schönen Hund. Buhh! Dann hätten wir so einen süßen Hund. Wuhuuuh. Schauen wir sie auch adottieren? Ich finde sie einfach so süß. Ich find sie einfach so süß. Hütz. Hütz. So süß! So knuffig! Was meint ihr? Zu Penny noch so einer? Ich meine, Penny sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Wo bist du hin? Da bist du... Penny sieht halt aus wie eine Mischung aus Fudel und ja... Keine Ahnung... Ich bin so... Ich will aber eigentlich keine zwei Hunde. Ich will nur einen Hund. Und wir holen uns den an. Aber ich bin der Meinung, weil wir haben kein Geld. Sobald wir das Geld haben, verarbeiten wir Penny einfach im Creator Sims Modus. Und tun dann so, als wenn wir mit ihr zum Hundefrisör gegangen sind. Ja, zum Hundesalon. Hätten sie da ein bisschen fresh machen müssen. Sie bleibt ein Pudel-Mix. Da werden wir jetzt nichts fällen, aber das Fell halt ein bisschen... Die Fellfarbe bleibt auch so, aber... Die Stuftro gefällt mir nicht sogar so. Die werden halt nicht viel ändern können, weil wir ja auch noch Penny bleiben. Könnt ja nicht auf einmal ein ganz neuer Hund sein. Könnt ihr nicht aus dem Pudel auf euren Husky machen? Das wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt. Das heißt zu viel verlangt, aber das wäre doch zu viel. Man kann ja nicht einfach aus einem Hund, den man hat, einen neuen Hund machen. Also quasi eine neue Rasse. Uhhh. Und Hanni muss mal gestern spazieren gehen. Gehst du mit der Trotzregen nochmal ne Runde Gassi. Und das ist das halt. Ich habe zwar auch ein Modrinne, wo sie mit mehreren Hunden gehen können, oder die Hunde halt... Ja. Dann könnte ich jetzt 30 Minuten, dann könnte ich sie anklicken. Und sie. Oder nur den Hund. Und der Hund würde dann 30 Minuten lang alleine Gassi gehen. Aber... Soll der realistisch bleiben. Ich meine, ich hatte früher auch einen Hund. Der mal alleine Gassi gegangen ist. Und dann wieder nach Hause kamen, wenn sie fertig war. Aber ja. So. Ich buche mal was vor. Hier drum drum. Aber ja. Du weißt schon, vorn rum stehen. Uhhh, liegt da der Husky. Ohhhhhhh, mein Gott, der Arme! Die Arme war ein Mädchen. Oh Gott, die Arme. Äh. Kann man uns immer trotzdem freundlich vorstellen gehen? Ach, wir lassen uns den Hund einfach lappen, aber ich glaube, die geht wieder nach Hause von der Seine. Nass. Kein Freund vom Regen, okay. Da streicheln sie. Können wir... ...spielen. Nein, wir adoptieren sie nicht! Aber sie ist auch pelzig. Ich ne... Trechen sie noch mal. Dann lernen sie noch mal kennen. Warum? Ja, hättest du mal gemacht, als wir draußen waren. Aber ich finde, sie ist auch eine... ...die sich halt gerne mit allen Gründen angereumt. Oder anfreunden möchte. Eine gute Beziehung für jeden, die er haben möchte. Das Verspiel, cool. Und sie ist aggressiv. So, dann sag ihr mal bitte, sie soll das Geschäft was... Naja, okay. Wie gut, dass wir sie... ...nicht genommen haben. Und... ...eine... ...automat... ...lichter... ...alle... ...einen aggressiven Hund möchte ich nicht. Wenn wir uns dann erstmal noch... Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass sie hinten ein Zäpfchen trägt. Das... ...zäpfchen. Atmher. 10 Minuten. Nein, die geben ihnen nichts zu essen. Und die können sie dann nochmal streicheln. Und dann hier wieder die Schüsse füllen. Sie braucht auch noch so ein Spielding, genau. Erstmal sparen wir doch die Spahnung für ein Spielding. Wie teuer ist so ein Spielding denn? So eine Spielekiste. Zack. Die 30... okay. Ist ja doch nicht so teuer wie ich dachte. Oder wie können Penny mal einen Arm teuer aufbrechen? Das wäre doch auch was, oder nicht? Ach guck, da kann ich noch eine Katze besuchen. Die Katze aus Kupa. Die Kupa. So, dann muss sie das auch bewässern. Sonst wird das nichts. Die hätten das auch hier entstehen können in die Küche. Nein, egal. Ist von irgendwas angegriffen worden? Was sie haben? So, dann bestellen wir hier die Spellebox hin. Bitte hinschieben. Und man kann hier sogar glaube ich noch ein Bett holen. So. Wem möchte Zuwendung? Ja, Kieksegat. Warte, wir hier fertig sind. So, streichen über die ich. So, ich möchte aber... Und warum wird die denn jetzt? Spellebox? Ja. So. Einmal. Zack. Tschum, tschum. Wenn wir die Kommode hier hinstellen, ne? Können wir da doch das Bettchen für das Hündchen hin machen, oder nicht? Du bist ein großer Hündchen, du bist also auch ein großes Bett. Lass mich hier mit so. So, unterm Fenster gerettet. Ja. Perfekt. Und wir haben sogar noch Geld. Oh, das riecht... Ah, ja egal. Das riecht schon. Holen wir irgendwann. Holen wir irgendwann. Holen wir irgendwann. Oh, guck, wir haben ja sogar jetzt Geld. Das heißt, wir könnten sogar machen, dass wir morgen mit dem Hund, so gesehen, zum Hundesalon gehen. Was meint ihr? Hat sich doch noch einer guten Idee an, oder? Was sagt ihr da? Ah, der Gänsebrüche. Toten. Kannst du mal nachher ernten. Du darfst mir nicht vergessen, wenn wir umziehen, dass wir das doch alles mitnehmen. Oh, Kochfähigkeiten. Und was ich aufgestellt habe, ist, dass die von alleine älter wird. Älter wird. Dass ich das dann halt bestimmen kann, wann sie erwachsen wird, wann Seniorin wird und bliblablub halt. Aber ich finde, wir spielen jetzt erstmal ein paar Parts noch. Auf jeden Fall. Obwohl sie noch ein junger Erwachsener ist. Ja, und wir sagen, tschüss. Gar nicht cool. Ja, das müssen wir irgendwann umstellen, wenn wir hier dann unseren Kratzbaum hinmachen. Oder wir bauen an, hier so, so noch, für die Katzen so ein reich machen. Wo wir dann auch die Bibis drin halten, sogar so. Wieso hast du eine Krokette, du gutes Gefühl? Nach einer heißen, dampfenden Dusch fühlt man sich so gut. So, sobald sie alles erledigt hat, gehen wir in den Kratzer Modus und machen unsere Penny ein bisschen hübsch. Kleine Hübsch mit seiner Hübsch mit Kudeldame. Und so, jetzt noch das wegmachen. Und hier stehst du irgendwie doof in der Tür, bin ich nicht? Oh, ich kann ja zusammen auf dem Arm treuer aufbrechen, dass das dann dieses, dieser, ja der, zum Saloon, Salon, Saloon, Salon, zum Hundefrisor gehen. So, wo vorher? Zack! Zack, zack! Wann dich wollen wir nicht? Wir wollen Fanny! So, nein, was? Ich weiß, ich bin ja nicht so der Fan davon. Wir müssen das ja so los und können ja nicht sagen, warte, jetzt. Wenn diese Frise da oben nicht so krass wäre, sähe das eigentlich cool aus. Wie wollen wir uns die denn machen lassen? Die Frise geht gar nicht. Wo? Aber sie sind Chappai! Aber die haben doch nicht so eine Frise. Die sind doch... Wo haben wir denn hier? Chappai? Die sind doch eher so. Wo? Wo vertue ich mich da jetzt? Ich meine, Chappai sehen so aus. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ja, ich bin der Meinung, die sehen so aus, wenn nicht sogar mit noch mehr Falten eigentlich. Und mehr Falten haben wir gar nicht mehr. Hey, wir hatten ein Champagne mit Fell. Ich meine, mehr macht mir nix. Oh, das sieht auch schön aus. Das sieht auch cool aus. Oh, da passt das mit dem Halsbandbundchen. Das sieht irgendwo auch gut aus. Und das hat noch dieses Pudel, ähm, ja, gekräuselte so gesehen. Da sie ja echt Chappai ist. Lassen wir sie so. So, Alltag. Da kriegst du definitiv auch ein Halsband. So, das. Damit jeder weiß, du hast ein Zuhause. Das gibt es leider nicht in Lila, ne? Ne, nur so ein... So, nur noch rot. Obwohl doch, das ist... Wir können... Zünderflieder hinfahren. So, zum Spazierengehen kriegt sie so eine... Krasse... Krassen... Krasses Geschirr. Und somit haben wir unsere Penny... Aufgehübscht. Also beim Hundefrise aufhübschen lassen. Dafür das... Ja... Auf jeden Fall schreibt's mal bitte in die Kommentare. Wenn Chappai's Falten haben... Ich bin nämlich der Meinung... Die haben Falten. Oh... Oh... Wann ich auch mal das Outfit ändern. So, jetzt sprechen die zum Amt herauf. Und danach... werde ich einen... Cut setzen... Ähm... Wo gehen wir denn hin? Zum Stadtplatz? Zum Leuchtturm? Oh... Leuchtturm? Oh... Ich würde sagen... Wir gehen zum Leuchtturm vorwärts. Okay... Jetzt machen die sich auf den Heimweg. Da sind wir. Pause... Jetzt müssen wir nochmal... Money eingeben. Und dann würde ich sagen... Und dann würde ich sagen... Gehen wir auf 100€ runter. Dass wir sagen... Das Umstyling... Das Umstyling... Ich... Ich möchte gerne... 110... Ja... Also... Dass das Umstyling 69 Simoleons gekostet hat... Ja... Oh... Unser Händchen hat noch ein Geschenk für uns... Öffnen... Wo willst du hin? Hallo... Zurück nach Hauskehr... Welche Katze liegt denn da? Du... Damit das ja auch realistisch kommt... Brook... Dass wir beim Hundesalon waren... Und unseren Hund damit umstylen lassen haben... Als wenn wir das jetzt... Oh... Ein Ball... Cool... Hier ist wieder noch... Zimente... Da haben wir ja... Gänseblümchen haben wir auch... Hier könnte man hier... Grosch... Graben... 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 Und dann... noch mal ein Eingang gehen... Aber... Zack... Da ist sie... Pause... Ich würde ich sagen... Wir verabschieden uns jetzt... Hier an dieser Stelle erstmal... Ich hoffe es hat euch gefallen... Wenn ja... Lasst ein Like und ein Abo da... Würde ich mich tierisch drüber freuen... Wenn ihr Tipps habt... Oder... Ideen für... Also für die... Ihre Geschichte... Was man noch so alles machen kann mit ihr... Oder... Habt ihr doch lieber Hunde züchten sollen... Statt Katzen... Mh... Ja... So... schreibt einfach eure Ideen gerne... Auch in die Kommentare... Und... Somit würde ich nun sagen... sich ins nächste Mal wieder... Bleibt Gesund... Tschüss... Vielen Dank.